Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Trophäe Wünschel Router freischalten könnt. Hierfür müssen wir mit Hilfe der Chinese ein Körperteil abreißen. Und wo ihr diese Trophäe schnell und einfach freischalten könnt, zeige ich euch ja jetzt gerade im Video. Generell muss man dazu sagen, dass es viele verschiedene Varianten gibt, um diese Trophäe freischalten zu können, aber diese ist wirklich die einfachste. Eine kleine Info habe ich noch für euch. Diese Anzüge, die wir ja gleich benutzen werden, um die Trophäe freischalten zu können, gibt es mehrmals auf dem Schiff. Das bedeutet also für euch, solltet ihr diesen Anzug schon vorher mal beispielsweise in der Krankenstation entdeckt haben, könnt ihr natürlich auch dort die Trophäe erspielen. Es ist zwar nur noch ein kleiner Weg, aber diesen werde ich jetzt erstmal kommentarlos so weiterlaufen lassen und sobald wir dann dort sind, werde ich das Video weiter kommentieren. Vor den Anzügen angekommen müsst ihr jetzt letzten Endes für die Trophäe nur noch einen der Anzüge nehmen und mit der Chinese an einem der Hosenbeine ziehen. Anschließend schleudert ihr diesen von euch weg und dadurch schaltet ihr dann auch direkt die Trophäe frei. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!